Eigentlich ist es ja recht einfach mit dem Home Cinema. Ein Receiver, ein Beamer, aber halt, die meisten Wohnungen und auch meine sind so gebaut, dass die Antennenbuchse daraus kommt, wo der Fernseher steht. Wie bekommt man also das HDMI-Signal auf die gegenüberliegende Seite? Klar, ein HDMI-Kabel legen. Einmal quer durchs Haus. Wer nicht gerade renoviert, nicht die beste Idee. Alternativen? Ja. Wireless HDMI. Die Firma Messi hat da etwas. Das extrem interessant klingt. Full HD Surround Sound über Funk. Von der HDMI-Quelle zum Anzeigegerät. Also perfekt fürs Heimkino oder sogar Meetingräume. Bei Wireless HDMI gibt es zwei grundlegende Systeme. Das eine funkt auf 5 GHz und da funkt noch einiges mehr. Dafür ist die Reichweite besser, aber halt auch Störungen. Und dieses hier funkt auf 60 GHz. Wer dazu mehr wissen möchte, sollte im Internet sich einfach mal schlau lesen. Was hat man hier also? Zwei gleich große Sticks. Etwas größer als die Fire TV Sticks. Der eine, TX, ist der Sender und der andere, RX, ist der Empfänger. Von außen sind beide gleich. Ein HDMI-Einschluss, ein Micro-USB zur Stromversorgung und falls das Pairing der beiden mal verloren geht, ein Taster zum Verbinden der Geräte. Ausgeliefert werden sie aber vollkommen fertig. Ansonsten im Zubehör jeweils ein Netzteil, wie man es vom Smartphone kennt. Natürlich auch die entsprechenden Micro-USB-Kabel, die für meinen Geschmack zu kurz sind. Dann ein ganz interessanter HDMI-Adapter, mit dem man den Anschluss nach oben oder unten wegbiegen kann. Dadurch kann man die Sticks optimal zueinander ausrichten und einen der Sticks um 90 Grad gedreht aus dem Gerät stehen lassen. Eine vergleichbare Funktion bekommt man auch mit diesem kurzen HDMI-Verlängerungskabel hin. Wenn man nicht ausreichend Platz hat oder die Position des Sticks nicht optimal ist, mag dieses auch helfen. Wem das nicht reicht, der kann jedes HDMI-Kabel nehmen, das er heute schon hat, und dieses mit dieser Buchse-zu-Buchse-Adapter auf den Stick verbinden. So kommt man sogar aus einem Metall-Rack raus, falls der Receiver in einem solchen steht. Schön, schön. Und eine kurze Kurzanleitung. Die gibt nur noch ein paar Hinweise. Ach komm, Papier. Rein damit testen und Erfahrungen sammeln. Um es überschaubar zu halten, habe ich an meinem TV alle HDMI-Kabel abgezogen. Den Empfänger RX als einziges eingesteckt. Und schon beginnt das Erfahrungen sammeln. Den Micro-USB hätte man vorher einfacher einstecken können. Also gleich nochmal. Ein großer Vorteil ist, dass die Sticks nur 500mA verbrauchen. Dadurch brauche ich nicht mal das mitgelieferte Netzteil, sondern kann einen vorhandenen USB-Pod am TV nutzen. Genauso am Receiver vorgehen. Da ich alle meine Geräte in einem Schrank weggebaut habe und vorher auf einen HDMI-Switch zusammenlege, sieht es hier etwas chaotisch aus. Tut aber technisch nix zur Sache. Mein HDMI-Ausgang verbinde ich mit dem Sender TX und habe gelernt. USB zuerst, weil es einfach ist. Beim Koppeln blinkt an beiden Sticks eine kleine blaue LED. Steht die Verbindung einmal, leuchtet diese durchgängig blau. Und natürlich funktioniert es. Ohne weiteres Zutun. Im späteren Test bin ich auf eine maximale Reichweite von 8m gekommen. Mehr räumlich bedingt bei mir. Aber auch nur solange es wirklich Luftlinie ist. 6m gingen aus einem verschlossenen Sperrholzschrank eines schwedischen Möbelhauses. Und eine Wand heißt wirklich keine Chance. Selbst bei unter 2m geht das Signal nicht mal durch eine Regipswand. Wie man hier sehen kann, kein weiterer HDMI-Entschluss belegt. Und Full-HD-Bild über die Luft. Geile Sache für Meetingräume und Heimkino. 8m gingen aus einem Schauspieler Schauspieler Himmels. 10m d. Schauspieler Himmels. 7m d.